Steig schon mal auf, falls wir los müssen. Oh, 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 oh. Warte. Hau ab, hau ab, hau ab! Scheiße! Oh Gott, oh Gott, er ist so schnell wie ich. Spring, 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 damit wir schneller sind. Oh, oh, ich höhn. Ach du Scheiße! Du musst weg. Oh Gott, der ist neben mir. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Heilige Mutter Gottes, ich seh nichts mehr. Oh Gott, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh Gott, der springt. Hilf mir, hilf mir. Lenk ihn mal, bitte. Ich bin hier oben. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Er kommt. Holy Shit, der kann ja richtig. Oh Gott, der springt. Guck mal, guck mal. Scheiße! Wen brauchen wir? Die lachen? Ja. Hey. Sicher, dass das... Hey, der hat eine Klache! Der hat eine Klache! Alter! Hey! Nicht auf, Leute! Schieß nie hier! Was hat dir deine Mutter beigebracht? Wie mit Waffe auf Menschen ziehen? Papa, auf jeden Fall nicht hier vorne lang. Ich darf schon wieder wussten. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nimm! Nimm meine Krankheit! Liebe mich! Liebe mich! Nein! Geh weg! Ich hab Blut gespuckt! Ich hab Blut gespuckt! Ich hab Blut gespuckt! Ich hab Blut gespuckt! Hilf mir! Hilf mir, Baby! Dekontaminierung! Ah! Was? Ich will Puppets kriegen, ja? Ja! Er hat eine Hecke! Ah! Ah! Geil! Schieß mal, schieß mal! Peng! Peng! Na? Na, du kleine... Was willst du von dir? Alter! Ab nach Hause! Werd' mal nicht so frech hier! Schieß dir alles und jeden schieß du da! Treff ihn nicht! Ich hab's gesoffen! Hahaha! Ich kann den nicht treffen! Jo! Und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Hallo! Leute! Wir müssen echt nochmal Danke, 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 Danke sagen! Weil wir haben jetzt gestern die 10.000 erreicht! Arigato! Hallo! Das ist so krass! Viele denken ja jetzt natürlich, es kommt Facecam, aber... Also, ich nehm was auf mit der Facecam und ich werd gucken halt, wie es ist und dann mal schauen. Wenn's gut ist, stell ich's natürlich online, also ihr werdet das natürlich sehen. Aber ich denke mal, ARK werde ich so noch weiterhin aufnehmen. Eventuell auch mit Facecam, es steht noch nicht fest. Und Leute, guckt euch die Waffe an! Die hab ich jetzt hier hinten aus dem Schrank da, hinten aus der anderen Base genommen. Und aus unserer anderen Base. Richtig geil! Guckt sie euch an! Will sich jemand mit mir anlegen? Huuuuh! Huuuuh! Dintelorious! Der neue Rambo! Verstanden! Was machst du da? Guck mal, warte! Guck mal, wie stark ist die Waffe! Ja, guck mal hier, komm mal her, komm mal, komm mal! Ja, aber nicht mich abknallen, weil mit dem Shotgun bin ich echt weg! Kommt bei dir auch Nebel? Oh, warte, ich muss nachladen, warte! Ja, lad nach, lad nach! Oh, hier! Ja, lass das! Ähm... Warte, machen wir nochmal! Ich hab jetzt gerade nicht kurz hingeguckt! Bei mir kommt voll viel Rauch! Machen wir nochmal! Es geht, es geht! Guck mal, bei mir, hier ist alles voll mit Rauch! Ja, bei dir, warte, ich mach auch mal! Vielleicht liegt das ja nur, weil du das bist! Hä? Bei dir kommt auch eine Menge Rauch! Ja, geht, geht, geht! Ähm, wen wollen wir denn jetzt, äh... Achso, hast du deinen Sabertooth hier? Ja, der steht da! So, Leute, und zwar haben wir jetzt vor, wir wollen jetzt, äh... Ja, Blackheart... Blackheart-Gottling wollen wir jetzt töten, ne? Ja, Gabriel, du musst jetzt auf jeden Fall mitkommen! Mhm! Ich komm hier kurz nicht weg! Ich komm hier kurz nicht weg! Wir nehmen jetzt auch... Ach, warte, bevor wir losgehen, ne? Ich hab nichts an meinen Füßen! Beten! Wir müssen beten ein bisschen, ja? Vielleicht kommen ja eventuell noch mehrere, oder? Ja... Ich weiß doch nicht, ob die jetzt kommen! Bist die auch hier? Ne, ich, äh, such mir grad ein paar Füße! Alles klar, alles klar! So! Wir sind jetzt bereit... Füße? Ich sag mal, einen Selbstmord zu begehen! Gibt's hier irgendwelche Füße aus Mitteil? Ja, aus Innesmithie, da hatte ich welche gesehen! Ah, ich glaub, die musst du heile machen! Mach ich grad heile, ja! So! Aber Leute, ey! Es hakt immer noch ein bisschen! Es leckt immer noch! Ich, äh... Ich muss das mal... Ich glaub, das liegt an die, äh... Nvidia Experience! Warum kann ich da mein Wasser nicht voll füllen? Ich muss auch einmal beten! Wir müssen runter ans Wasser! Kommst du mit? Ich hab gebetet! Alles klar! Ja! Kann der hier rüberspringen? No! Voll Fail! Okay, ich mach das Tor auf! Tor! Geh! Auf! Kommst du mit raus? Kommst du? Verdammt! Ich wollte so cool sein, während des Laufens das Tor zu schießen! Ja, ich würd mal sagen, komplett schief gegangen, wa? Oh geil! Was willst du? Was willst du? Hey, da tolle ich schon wieder auf! Das war ein Geist! 100 Pro! Warte mal! Aufgepasst! Aufgepasst! Vielleicht weil wir beide gedrückt haben? Nein! Nee! Spaß! Komm! So, wir... Oh, es leckt gerade immer noch! Au! Aber kann auch sein, dass das wirklich an arg liegt, weil... Äh... Es läuft einfach komisch! Oha, die sind ja alle Bäume weg! Alle Bäume! Äh... Alter, ist das kahl hier! Äh... Irgendwas... Oh, hier, wir werden angegriffen! So! Sofort getötet! Kommst du mit? Wow! Wir müssen kurz deine Freundin besuchen! Ui! Meine Freundin! Ja! Ich hoffe, wir kommen dann auch weg von ihr! Ja, du musst halt, wenn sie hinterher kommt, ne? Springen! Du musst ihr halt einmal guten Tag sagen, ne? Ach genau, hier in dem Wasser, weil wir hier gerade hier lang gehen, hier sind doch Dings! Ach stimmt, die sind Blutigel? Ja! Ich will keine Krankheit haben! Ich will auch keine Krankheit haben! So, wo ist sie? Ich will sie nicht! Da links ist sie! Guck mal! Da ist ja meine Freundin! Moment! Da drüben! Da drüben! Kniff mal kurz hier die Dinos, weil du weißt, wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte! Ach, ich nehme auch noch so einen schwachen Dino mit! Der ist ja nicht gerade stark! Deiner ist stärker! Hallo meine Süße! Wie geht's denn so? Weißt du, wen ich hätte mitnehmen sollen? Den, ähm... Wie heißt der jetzt? Ich geh mal so hin und wink ihr mal! Ja, warte, ich auch hier! Hallo! 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 Warte, ich beschütze dich! Ich beschütze dich! Oh, die Spinne! Die kommt so genial! Wie schnell ist die eigentlich? Schnell! Ist sie so schnell wie wir? Wenn nicht sogar schneller! Nee, oder? Na ja! Egal, los komm! Guck mal, guck mal, guck mal! Die ganzen greifen sie an! Wie heißen sie? Die was? Die Metrodons greifen sie an! Ah, hier ist ein Käfer, ein Lila! Äh, hier ist ein großer Affe! Wo ist ein Käfer? Hier! Da! Ach, die meinst du? Ja! Ja, aber das bringt nichts, komm mit! Wir haben ja jetzt was Großes vor, denn wir wollen irgendwann gegen die Warns oder so antreten! Oha, wie viele die Metrodons hier angreifen! Ähm, da wollte ich jetzt gerade angreifen, aber die Morphodons! Die Morphodons meine ich! Boah, ich muss das Spiel endlich mal wieder richtig hinkriegen, damit das wirklich richtig geil läuft! Wow! Wow! Ich hab's sogar auf Epic gestellt! So an sich läuft's ganz gut, aber sobald ich die Aufnahme starte... Ja, macht's ein bisschen Probleme! Denn Nvidia hatte irgendwie ein neues Update raus und ja, seitdem... Ach, mein Raptor ist bestimmt auch schon da! Also fertig! Ach, und hier meinst du jetzt? Hier sind die Blutigel drin, ne? Ja, hier in dem Master sollen die sein! Gut, dass hier jetzt die Dings nicht drin sind! Äh, die, äh, die... Dass die Brutmutter weg ist! Wuiiii! So, wo waren die jetzt? Kommste? Ja! Wir müssen nur ran pöschen! Wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein! Mhm! Okay! Wo ist er? Da! Ist sie! Ich kann ihn sehen! Oh, wir werden angegriffen! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Komm her! Komm her! Komm her! Oh! Einbüß, die Schlange war tot! Wie viel Level hat der jetzt? Oh, heilige Scheiße! Der hat uns aber noch nicht, oder? Ne! Puh! Geil! Ach, ich hab was Lina noch gesehen! Oh mein Gott! So! Ach, da hinten bist du! Und du bist ja fies, dass mich hier alleine... Äh, läuft er hier her? Ne! Ha! Jetzt hab ich ja, jetzt hab ich ein bisschen Angst! Okay, der hat nur Level 12! Du, 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 du... Du bist angegriffen hier! Ja, vom Sarko! So! Wir müssen oben auf dem Werk auf! Komm her! Komm her! Alter, sieht der schön aus! Komm, Sarko, bitte! Geh down! Ne, warte, lass ihn mal! Oder warte, ich mach ihn kurz down, damit er, damit er herhalten kann! Weißt du, bevor wir hier sterben! Oh, oh! Du weißt, was wird, ne? Oh! Shit! Sieht das geil aus! Alter, auf jeden! Pass auf! Glaubst du, ich schaff das, da hoch auf den Berg zu kommen, ohne dass er mich erwischt? Dass er mich erwischt? Dass er mich erwischt? Alter! Ich lauf hin, ich lauf hin! Selbst wenn ich... Warte, 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 warte! Bevor du nachkommst... Alles klar! Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da! Er hat sich umgedreht? Alter, sieht der geil aus! Er hat sich umgedreht, aber er hat no interesting... No, er hat kein Interessant... Du weißt, dass er hochspringen kann! Also er hat kein Interessant... Der hat kein Interessant... Ich bin beste Deutsch! Okay, alter! So, ich mach meinen auf jeden Fall fast... No, 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 no! Schlange, 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 Schlange! Ach komm, die Schaste... Oha, der macht alles kaputt! Ich komm auf! Ich komm auf! Ne, war doch ne Titanboar! Ich komm auf! Lauf aber einen riesenunweg! Ich trau mir selber nicht! Ich war schon wieder aus arg raus! Ja, war bei mir eben gerade auch mit der Maus! Ach auch? Ja! So, ich knall ihn jetzt... Nein! Die... Hilft mir! okay er hat mich nicht hat mich hatte die schlange hat mich runtergeworfen ja ich habe sie dafür runtergeworfen ich muss mal war ihnen hier ein bisschen gewicht hoch machen scheiß schlange sind hier wie viele sind hier noch gott warte ich habe irgendwas das irgendwas muss man alles klar ich glaube das kann hier unten sein warte pass mal auf ich greife ihn jetzt an steig schon mal auf falls wir los müssen warte ich sag ist er raus ist so schnell wie ich spring 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 damit sie schneller sind hoch auf den berg auf auf den berg okay wir extra dienen oh gott er kommt 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 dodo halte hin dodo du schaffst du schaffst das wo ist ein stein weggeflogen ich würde sagen er ist noch da ist noch da ist noch da ist noch da warte wir gucken mal von oben wir gucken von oben ich bin an dem diesen vorsprung aber ich halte das nicht aus warte nichts machen nichts machen beweg dich nicht kannst du ihn etwas weg locken oder komme ich hier rauf moment warte ich mach was ich mach was ich mach was ist alles gut alles gut ich glaube der kriegt mich hier nicht oh gott er kriegt mich hier der kriegt mich hier nicht kann sie ja ich schieße mal ab daga hallo ich ihn getroffen aber mit richtiger muni nein ich hab dings nee mit was knallst du drauf mit der normalen rival ja aber mit was für muni mit anonaki posenpfeile das sind posenpfeile oh gott ja aber guck doch ich treffe ihn auch die ganze zeit heilige scheiße oh ich höhn es trifft mich ach du scheiße ach du scheiße du musst weg oh gott der ist neben mir ich bin weg ich bin weg ich bin weg heilige muttergottes ich sehe nichts mehr oh gott ich lebe noch ich lebe noch oh gott der springt drunter hilf mir hilf mir hilf mir oh gott ähm lenke ihn mal lenke ihn mal bitte ich bin hier oben ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe nicht mehr oh gott mein stamina geht drunter oh oh noch nicht mal die kuh hält ihn auf oh scheiße kuh bitte nein er hat gar kein interesse oh gott er speichert er speichert oder es leckt oder mir egal oh gott erst langsam erst langsam ich kann mir den zelberfluss zu dir ja komm herum bitte wir kommen wir kommen wir kommen weg hier weg 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 scheiße oh jetzt oh gott die spinne will mich töten ja ja aber die macht nicht viel die ist nicht stark ich bin fix und fertig gerade ich bin mit meinen nerven komplett weg da hinten ist ein kanu aber ein ähm poison ich glaube ich muss einmal fisch essen das geht nicht anders einmal fisch essen damit er aus dem mund bewillt damit er dich aus weiter entfernung riecht eventuell klappt das ja sogar hoch gesprungen ist er wo ist er warst du das gerade irgendwas lautes war hier gerade ich glaube der ist hier unten warte wir müssen ihn eigentlich ja sehen ich sehe ihn auch nicht warte mal k drücken das stimmt k drücken nee er ist hier nicht also ich sehe ich schwöre er war hier warte ich gehe mal kurz rum ja doch erst direkt hier unter uns direkt unter uns echt guckte erst mal von mir an aber pass auf dann knallen ab dann knallen ab ich kann ihn ja von hier nicht kriegen ja ich bin gerade bei k drück mal genau hier wo ich bin kann sogar wo ist er denn genau er steckt glaube ich in der wand fest das auf dann mache ich es jetzt anders musst du dir angucken das musst du dir angucken na es geht es geht warte ich guck mal kurz bei dir ach okay pass mal auf oh shit ich sehe nichts so ich höre das was wir das sind nur die giraffen nee 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 das war hier waren wir haben so ich habe ihn er hängt da fest bis jetzt hängt da kommt runter ich komme nein nein schlange 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 okay keine schlange ich habe auch auf ihn drauf geschossen ich verstehe gar nicht das außer wie normale muni ich weiß auch gerade nee guck jetzt mache ich es auch kann man kann sogar näher hin nee ich gehe das risiko nicht ein irgendwas geht hier ach so irgendwas geht hier hatte ich will ja ein bisschen action haben oh gott nee so viel action jetzt auch nicht oh weg 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 scheiß miss vier gut ist ich krieg keinen schaden aber der sabertooth ist zur hälfte tot holy shit der kann ja richtig oh gott der springt guck mal guck mal den brauchen wir los ab nach oben den holen wir uns jetzt aber wie warum wenn ich eben gerade runter geflogen kannst du mir das mal sagen die runter geflogen hier oben wenn ich da vielleicht jetzt zu weit nach vorne gegangen irgendwie oder habe mich irgendwas runter geworfen ich muss das legen irgendwie in der krippe habe ich gerade panik ich muss mein pc irgendwie mal aufrüsten wo ist er denn da ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn da hinten ist was rotes aber was es ist ich weiß er ist down er ist down er ist down er ist down neo runter mit dir runter in die matrix verdammt ich sterbe komm her geil ja wir haben es drauf hier hast du primate ja ich hab ein bisschen primate dabei aber nur 5 hat schon geschrieben er meinte auch dass du immer alles mit dabei hast ja ich bin immer die idee immer alles dabei hat hier der ist sofort der ist sofort ja ich hab nur vier stück reingetan ich hab nicht mehr ich ja du hast nicht mehr hast du warte ich tue fleisch rein pack kurz fleisch rein was hat neo neo du musst ein bisschen fleisch abgeben ist mir egal du musst verhungern halt sondern kann ich mein fleisch wieder rausholen gott nach einem potenziellen baby ich gucke gerade wie das jetzt okay damit geht es auch damit geht es auch das ist kein problem hier das normale fleisch bringt auch bringt viel oder nicht so viel aber es bringt was wo sind wo ist der zacko den wir vorhin angegriffen hatten den suche ich den zacko ja i don't know geil geil aber hast die letzten springe gesehen ja wie so ein frosch geil ich tu ihm mal topo rein oder hat er okay das rast so langsam runter das verstehe ich nicht die baddest dino sind schwieriger als die so irgendwas irgendwas rotes war hier aber ich sehe es jetzt gerade nicht mehr hast du das irgendwie gerade weg gehauen nee hier ist es was ist das was ist das was ist das was ist das ist das auch so ein krieger von so einem krieger genau alter geil hast du jetzt vor primit wieder ich bin unterwegs ja hast du wieder ja auch zwei stück rein den kleinen kann man auch themen ich denke gerade was ist da hinten für ein rotes ding kann das sein dass bei jedem drachen so ein kleiner soldaten in der nähe ist weiß ich nicht man kann sogar leute wenn man auf die drauf geht dann ist man dieses ding selbst geil 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 mal sehen wie er aufsteht komm zeig dich es ist ein wenig mehr halleluja spai bitte ne hat er nicht so passt mal auf guck mal spring mal der kriegt ja kein fall schaden warte mal warte mal ich glaube da baum hat gestört hier warte mal k drücken geil hat er fallschaden bekommt ne kriegt er nicht hier gar nicht und hier guck mal Ja, pass mal auf. Guck mal hier. Geil, wa? Ja, sieht gut aus. Richtig geil. Oha. Tja, ja. Und hier, Schnelligkeit ist so. Also, wo sind die ganzen Bäume dahin? Ähm, ich stelle ihn mal auf Passiv, ja? Und er folgt mir nicht. Er folgt mir, ja. Ich will mir kurz mal den Krieger angucken. Ach, wenn es ein Elite-Krieger ist, kannst du den nicht heben, ne? Mail Puppets steht da einfach. Ey. Wie jetzt Puppets? Mail Puppets, also Puppe. Oh, sieh, hör mal heben, auf ihn. Alter. Ey, oh Gott. Ich muss ihn gleich angucken. Warte, ich will den mal kurz mal, ich will ihn kurz mal testen. Ich will ihn ganz kurz mal testen. Ich fände es mal voll witzig, wenn die anfangen zu lachen und so. Wie, die lachen? Ja. Hey. Sicher, dass das Mail... Hey, das hat eine Klache. Das hat eine Klache. Alter, auf, ihr lacht. Hey. Nicht auf, Leute, schießt nie hier. Was hat dir deine Mutter beigebracht? Nie mit Waffe auf Menschen zielen. Auf jeden Fall nicht hier vorne lang, weil hier irgendwo... Oh Gott. Hey, meine Rüstung geht kaputt. Warum? Wie, wie, wie... Scheiße, meine Rüstung ist fast im Arsch. Stimmt ja. Alter, der schießt gut hier. Der schießt echt gut. Der schießt meine ganze Rüstung kaputt. Alter. Wow. Hä, was war das? Was war das? Aua. Was war das? Was war das für eine Feuerkugel? Ich... Ich... Hä? Was war das? Ich bin... Ich bin vergiftet. Ich hab die... Die Dings an mir. Hä? Ich hab auch irgendwas an mir. Hä? Das kann nicht sein. Was hab ich an mir? Scheiße, wir haben die Seuche. Nein, nein, nein. Hör auf. Ja. Heißt das, dass wir sterben oder was? Nicht direkt. Alter, der hat 160. Das war's. Ich bin gleich tot. Ähm. Ich sterbe auch. Ich muss weg. Ich... Aber ich kann nicht rennen. Wir brauchen das Gegenmittel. Alter, meine Rüstung ist kaputt. Ich bin gleich tot. Nee, pass auf. Steig sofort auf deinen Sabertooth. Oh, Scheiße. Habe ich... Dich kriegen mal. Ich hab die Seuche. Hä? Hast du aber gerade da eine Feuerkugel hingemacht oder so? Irgendwie? Nee, er war das. Scheiße, wir haben ernsthaft die Seuche. Ach nee, bei mir war es rot, jetzt ist es orange. Bei dir? Rot. Ähm, können wir unsere Dinos damit anstecken? Nee, ne? Man kann doch. Wie, echt? Ja, scheiße. Rino, bitte geh weg von mir. Ähm, Neo. Neo ist auch krank. Ah nee, ich wollte gerade sagen, der hat auch sowas. Warte, ich guck mal kurz. Wie hieß denn das Gegenmittel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Guck mal, ich guck kurz, ob der Pappet schon auf dem Boden liegt. Ja. Weil ich sehe ihn gerade nicht. Oh, ich huste gerade. Wer kranker, du? Die letzten Sekunden. Sie zählen. Hä? Wo ist das, wenn man... Wo ist der? Der ist abgehauen, der ist abgehauen. Ja, dafür hat er auch die ganze Zeit gelacht, der Penner. Der Penner, Sünde. Ach da, ich hab's. Ich hab's erlernt. Aber kannst du mir mal helfen, den zu suchen? Ich kann's nicht erlernen, ich brauch ein Level. Okay, ja toll. Wie heißt denn das? Da, ich sehe ihn. Er ist geradeaus von dir. Da, ich hab ihn. Ähm, er kommt auf mich zugerannt, glaube ich. Ah, nee. Halt, was war das? Was war, warte ich? Oh Gott. Hä, ist hier ein Dodorex oder so? Nein, warum? Nein, das war eine Bombe, die er gelegt hat. Der legt Bomben? Ja, der legt Bomben. Hör auf. Das ist nicht, wenn er anfängt zu lachen. Warte, ich lenke ihn ab. Warte, geh mal, geh mal. Ich hab doch meinen Neo da. Scheiße, scheiße, scheiße. Neo! Help! Wir haben die Seuche von... Alter! Ich hab keine Seuche. Ich bin einfach nur verwirrt. Hä? Ich brauch unbedingt ein Level. Hast du noch irgendwo Tiny-Sachen? Ich weiß es nicht. Er ist down! Was, echt jetzt? Er ist down, er ist down! Schämen soll er sich mal. Schämen dich, Kleiner, schämen dich. Hast du unsere ganze Rüsti kaputt gemacht? Soll ich... Hast du... Was ist denn der? Bären? Fleisch. Hast du Fleisch? Hustest du auch, Sünde? Ich huste auch. Oh, er frisst sogar. Achso, du hast schon voll viel reing... Ist der komplett jetzt? Kann sein. Yo, den haben wir sofort. Ähm, ich hol mal Blackheart her, ja? Hübscher oder hübsche? Ja, ja. Herr, komm, her, komm. Verdammt, ich bin krank. Zeig dich mal, zeig dich mal. Warum bin ich krank? Zeig dich mal, komm her. Ja, ich bin auch krank. Blackheart, aber bitte nicht zu nah kommen. Wir sind richtig krank. Der ist aber ziemlich langsam, ey. Kein Wunder, dass ich zu Fuß abhauen konnte. Guck mal, ist das dein Kollege hier? Ist das dein Kollege hier? Was hat er uns angetan? Also, ich hab bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gehustet. Oh, hier, er hat Prime-Eat hier. Warum sich denn... Geh mal dann... Geh mal auf Ingame-Punkte. Warte. Und guck mal nach. 16 Ingame-Punkte braucht er. 16. 16. Ich hab 800 noch was. Wie heißt denn das? Ähm, irgendwas mit L. Irgendwas mit L. Ähm, wie sieht denn das... Hier. Doppelklick musst du machen. Hä? Du hustest, aber ich huste nicht. Was los hier? Ach stimmt, wir haben hier die... Ähm, wir können das nicht unterwegs herstellen. Nee, können wir nicht. Ist egal, dann müssen wir zu unserem Lager. Ist egal. Ab wann stirbt man denn? Ja, man stirbt davon gar nicht, glaube ich. Man hat das die ganze Zeit... Und man kann halt... Nee, gibt es nicht verschiedene Seuchen? Leute, gibt es nicht verschiedene Seuchen? Also, wir wissen das jetzt nicht genau. Gibt es jetzt nur hier diese Grippe? Oder... Grippe? Ich würde nicht sagen, dass es eine Grippe ist. Aber warum hustest du? Ich huste nicht ein einziges Mal. Da schon wieder hustest du. Ihr, was mich angehustet. Geh weg! Geh weg! Komm, nimm... Nimm meine Krankheit. Komm her. Liebe mich! Liebe mich! Nein! Gary! Ich hab Blut gespuckt. Ich hab Blut gespuckt. Ich hab Blut gespuckt. Hilf mir! Geh weg! Hilf mir, Baby! Dekontaminierung! Nein! Lars, ich will Puppet kriegen, ja? Ja, ich doch auch. Oh, er steht ernsthaft gleich auf. Guckt mal, Leute. Wie sehr ich sie jetzt getroffen hätte. Aber so bin ich nicht. So, Puppet, aufstehen, bitte. Oh, du hast dir voll angerotzt. Wie eklig bist du denn? Hier. Und, komm. Komm, Digga. Yes! Äh... Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn Mini. Minion. Hätte ich ihn genannt. Minion, genau. Minion, ne? So? Ja. Minion. Hä? Er hat ne Hackschuhut auf! Da, 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 da. Geil! Schieß mal, schieß mal. Peng, peng, peng. Na? Na, du Kleine? Was willst du von mir? Uah! Alter! Ab nach Hause! Ab nach Hause! Leute, guckt euch den an! Jetzt bin ich noch neu verliebt. Jetzt bin ich in den, äh, Lightning verliebt, Blackheart bin ich verliebt und in ihn hier. Hilfe! Ich bin nicht so schnell. Habt ihr Neo mitgenommen? Ja, der ist direkt hinter mir. So, Leute. Wir bringen ihn jetzt einfach ganz kurz nach Hause. Den müssen wir ganz kurz inspizieren. Also, bis gleich. Ach, sorry, der kann nicht winken. Werd mal nicht so frech hier. Schießt dir alles und jeden schießt du dir ab. Treff ihn nicht, hab's gesoffen. Hä, ich kann den nicht treffen. Der ist stark. Okay, Level 15. Leute, kennt ihr jetzt mal reinkommen. Hört auf, den Boss. Nein, 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 nein. Der kommt wieder zurück. Hä? Was machst du denn? Ja, der ist zurückgerannt. Ich hol ihn. Der Boss, folge mir. So, Leute, wir sind da. Die Gary hat jetzt nicht geschafft, die jetzt hier rein zu bekommen, aber ich hab's jetzt geschafft. Digga, bau hier nicht alles ab. Was hab ich dir denn hier erlaubt, hä? Ähm, ja, bei uns können jetzt Dinos rein, wollte ich nur sagen, ne? Warum? Ja, hier, guck mal. Hier fehlt ein Stein. Ja, und können wir hinbauen. Glaub ich. Hoffentlich. Oder wir bauen zu. So, Leute. Also, das ist der kleine Knirps. Puppet. Minion. Das ist unser erster Minion. Und das ist Blackheart-Gottling. Es ist ein Male. Geil. Wie willst du den jetzt nennen? Hey? Wen? Den hier? Irgendwas mit Darkness, oder nicht? Pass auf. Oh, lass uns bloß zusehen, das war ein Gegner, die wir kriegen. Oder nur Darkness? Und deswegen auch nur Darkness. Ach komm, wir verlassen jetzt erstmal Angel of Darkness. Komm her. Aber das passt nicht, das klingt zu lieb, ne? Wir machen nur Darkness, okay? Okay. Darkness. Oh ja, du klingst schon so. Ah, wie die Hölle, ey. Wie die Hölle. Das ist jetzt eine Pappe. Den stelle ich jetzt euch kurz mal vor. Hört ihr mal? Ne, jetzt macht er es nicht. Guckt mal hier genau hin. Oh, guckt mal. Was habe ich denn da hingelicht? Oh Mann. Und, und, und. Äh. Macht er das nicht? Was denn? Ach, das ist eine Bärenfalle. Ja, einer mal. Ach ja. So. Dann kann er halt hier nochmal ganz normal draufhauen. Und dann kann er hier, peng, peng, kann er schießen hier. Zack, zack. Aber er ist ziemlich betrunken, wenn es heißt, Dinger zu treffen. Und, äh, kann er noch was? Ne, ne? Ah, doch. Und Leute, passt auf. Wenn er scheißen tut. Zack. Gehe ich jetzt einfach raus. Und zack. Smokegranate. Ach. Das ist eine Smokegranate, die er hier rausholt. Ja. Ich probiere die auch gleich aus. Ähm. Ich will kurz mal ausprobieren. Das wird schwer werden, ne? So. Mit was? Jo, guck mal, ey. Guck mal, wie geil das aussieht. Was ist da los? Ach so. Eine Smokegranate. Wir haben keine Raw Flowers. Ach so. Doch. Ich habe irgendwo welche. So, Leute. Und, was ich noch nicht gezeigt habe. Ihr habt ja die Attacke hier von ihm schon gesehen. Also, die hier. Oh, Gott. Er speichert. Genau. In falschen Augenblick. So. Nochmal. So. Das ist jetzt sein Gebrüll. Alter, geil. So. Und dann hat er noch diese Attacke hier. Die hatte ich vergessen zu zeigen. Naja, Leute. Also. Auf jeden Fall. Was ist das wieder von der weiteren Folge? Alk. Wenn sie euch gefallen hat. Und der Blackheart, Trottling und Pappelt. Der Minion. Dann lass doch einfach einen Kommi und einen Like da. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020